Wir sind hier bei Teniers Aufstieg. Wir können hier bei Anduin eine Quest annehmen. Das Licht des Dämmerturns. Unterstützt die Lampenanzünder dabei, das Licht des Dämmerturns zu entzünden. Und hier oben ist ein Silber-Elite. Hier gibt es eine Menge Silber-Elite. Gut, der ist jetzt schon Level 80. Hier sind keine Arbeiter. Wow, 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 Leute, Leute, Leute. Nein, 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 nein. Fuck. Äh, das mit Level 80 anlassen, wir besser mal. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt so viel Schaden gemacht hat. Was ist mit mir geschehen? Aufgaben planen, der Strafen, der Schlag trifft euch für einen... Boah, alter. Ach, wir müssen ja zum Leicht haben. Ja, das mit Level 80er, bevor wir nicht besser ausgerüstet sind, lassen wir das. Ich habe auch schon unterwegs mit dem Shami und mit dem Pada genug Leute gesehen, die Probleme hatten. Alleine, die waren auch gut ausgestattet, Level 80er zu killen. Was? Was passiert hier? Was? Das ist Beledar. Das ist Beledar, unser Stern. Er wechselt zwischen Licht und dem hier. Die Dämmertürmer halten die Finsternis mit der heiligen Flamme fern. Doch das Licht kehrt stets zurück. Die Sterne werden verschlungen und sie entzünden eine Kerze. Ihr wisst, wie das ausgeht, Alleria. Ja, unausweichlich, verschlingt die Leere alles. Zeigt euch hier, Monster. Ihr wisst doch, wo ich bin. Tiefer in der Dunkelheit. Okay. Es liegt Kälte in der Luft. Ich sehe mal nach. Seid vorsichtig, Alleria. Wenn der Schatten kommt. So, wir bekommen Hände und scheinbar Abschluss. Jawohl, der leitende Stern. Drei Dinger hier. Haupt-Quest-Stränge. Haben wir hier irgendwas, was wir anziehen wollen? Die haben wir schon ausgetauscht. Hier, oh, sehr schön. Anziehen. Schultern. Vielseitigkeit und Meisterschaft würde ich nehmen. Brust braucht man nicht. Würft er, äh, äh, na, ich weiß es nicht. Komm. Und Hände. Sehr schön. Gut. Dann die Pflicht eines Lampenanzünders. Es nimmt das Lampenanzünder-Boot, um Lorels Kreuzung zu erreichen. Diese Fensternis. Wie lange hält sie an? Manchmal nur Augenblicke. Manchmal Tage. Bei der ersten Wandlung verloren wir so viele. Wir reisen durch die Luft. Monster erheben sich in der Dunkelheit. Okay. So, wo geht's jetzt hin? Diese ständige Bedrohung durch Schatten. Wie haltet ihr das aus? Nachts wird die Schattensperrstunde ausgerufen. Alle gehen nach Hause. In Sicherheit. Hä? Angriff. Setz die Lampen gegen die Feinde ein. Gute Arbeit. Ihr würdet gut zu uns Lampenanzündern passen. Ah ja. Je weniger wir werden, desto mehr schwindet ihr Glaube. Sie wenden sich dem Flüstern der Dunkelheit zu. Achtung. Dort kommt mehr von Ihnen. Jaja. Ein Behemoth. Schnell. Schaltet ihn aus. Jaja. Ich versuch's doch. Glück gehabt. Das war ein kleiner. Große können ein Kriegsschiff vernichten. Wir müssen an unserem Glauben an die heilige Flamme festhalten. Und aneinander, wenn wir Erfolg haben wollen. Aber ich glaub, der Kleine hätte das hier auch kaputt machen können. So, hier gibt's einen neuen Flugpunkt. Und hier gibt's auch eine neue Menge, äh, eine Menge neue Quests. Ja, Flamme sei Dank. Kobis überfallen Sinas Sehnsucht. Die Armee ist schon dort, aber... Genug gesagt. Unsere neuen Verbündeten und ich werden helfen. Geht sofort in Deckung. Okay. Dann nehmen wir mal hier neue Quests an. Ruf des tiefen Forschers, der Krater. Hier. Und da ist auch noch eins. Ach, du Scheiße. Möchte ich ja eigentlich gar nicht machen. Ja, wir machen's einmal und dann ist gut. Großer Hunger im Grollwinkel. Sucht du Lena im Grollwinkel auf. Die Musik ist... Ja, kann man nehmen. So, was haben wir hier? Licht aus. Trefft euch mit Tena und Emira in der Nähe von Wellhams Geltung. Okay. Eins ist hier, eins ist hier. Alter. Und hier drüben wird die Hauptkampagne weitergemacht. Ich fliege nochmal kurz hier drüber. Gibt's hier sonst noch eine Quest? Da drüben vielleicht. Eher nicht. Hier sieht es eher nach Gegnern aus. Nein. Gut, wir fliegen jetzt erstmal... Ja, ich weiß nicht. Wollen wir die Hauptkampagne erstmal weitermachen? Wir machen die Hauptkampagne erstmal weiter, bis wir den nächsten Abschnitt fertig haben. Wir sichern das Dorf, dann retten wir die Gefangenen. Wir können uns vor... Bis dahin sind sie tot. Okay, ähm... Solltet ihr durch die Dunkelheit irren. Täuschung in der Dunkelheit. Rettet fünf Gefangene Arati. Wir tragen die Flamme ins Unbekannte. Furchtbar frecher Fisch. Tötet 13 Invasionen der Kobis. Vorsicht ist angebracht. Soldaten, zu mir! Ja, ja. Fleisch! Ich schmeck nicht. Wir haben eine neue Quest bekommen. Keuschende, bitte. Setz den seltsamen Fisch in sicheren Gewässern nahe des Koppelslagers am sonnenlosen Strand. Okay. Warum sind wir denn immer noch bei zwei von fünf? Wir haben doch jetzt schon vier Stück an... Oder gegen die wir kämpfen, sie zählen nicht. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Und den können wir auch küssen. Die, die einzeln dastehen, sind scheinbar welche... Wie heißt... Äh, Kibbis... Forma... Irgendwas in der Richtung. Genau. Da waren jetzt Gegner dabei. Hier sind Gegner dabei. Und wir hatten ja zwei Stück, die alleine standen. Oh, nein. Irgendwas klingelt gerade. Ich bin gleich wieder da. So, wir sind hier am sonnenlosen Strand immer noch. Wir lassen den Fisch hier ins Wasser. Und können die Quest bei ihm abgeben. Gezeiten Glücksbringer. Sammelt zwölf... Sonnenlose Splitter von den Koppels am sonnenlosen Strand. Stimmen aus der Tiefe. Untersucht drei Ritualstätten, um mehr über die Koppels zu erfahren. Ich bin etwas außer Atem. Es hatte ja gerade eben geklingelt. Und... Äh... Äh... Ja, meine Frau hat, äh... Klamotten bestellt. Die kamen gerade eben an. Ich hab gedacht, die kommen erst später. Weil... Äh... Hermes kommt eigentlich bei uns immer erst so um 4, 5 Uhr Nachmittag. Heute waren sie schon früher da. So, wir müssen das hier untersuchen. Ja, tut mir leid, dass ich gerade so außer Atem bin. Äh... Ich wollte jetzt aber auch nicht die... Äh... Ich hab jetzt auch nicht mehr so lange Zeit aufzunehmen, weil meine Frau bald von der Arbeit heimkommt. Ähm... Deswegen... Ich muss jetzt noch ein bisschen Gas geben. Ich hab jetzt circa... Ja, noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Heißt, zwei Folgen kann ich nach der hier... Also... Da muss ich ja jetzt auf zwei Mal das machen, weil es ja zwischendurch geklingelt hatte. Aber... Ist nicht schlimm. Gut, das haben wir auch. Dann brauchen wir jetzt nur noch... Äh... Drei von diesen komischen Dingern. Und... Einer fehlt. Boah... Ich hasse es. So, na komm. So, fertig. Schnell zum Fisch. Dann die beiden abgeben. Ein Köder für die Korbis. Ködert und ermordet Kiebenschlitzer und seine Korbis gezeigten Marschalls auf der Insel vor dem sonnenlosen Strand. Da drüben. Das sind Elvite. Okay. Ähm... Gut, dann... Hallo. Wie muss ich das jetzt machen? Alter, lass mich meine Ruhe hier. Äh... Ich muss mal kurz gucken... Wie viele Minuten haben wir denn vorher? Zwölf Minuten. Wir sind jetzt bei 16. Äh... Wir machen dann in der nächsten Folge hier weiter. und wir sind jetzt bei 16. Untertitelung des ZDF, 2020